hey Leute ich bin bei Back in Business und gucken uns heute mal den Item Shop an wir fangen an mit dem Tennis Game ich mag den halt nicht so leiden ich hab keine Ahnung aber ich mag ihn nicht weil der Hose das sieht scheiße aus und ja der Backbank ist schon geil aber ich mag ihn nicht also ich komme dem Jahr nicht kaufen kommen weiter zum Techno-Kommando der ist recht geil den können wir uns auch gönnen gleich aber ja alles noch in diesem Video der ist geil Backpack ist geil der Skin ist auch geil machen wir weiter ja jetzt kommt die Spitzhacke die Motorranke die ist geil aber ich mag den nicht ich mag den nicht leiden keine Ahnung komm weiter zu dem Hengengleiter es ist nur der ist so geil das ist geil aber ich will nämlich weil ich mir die Bestimmtswoller als Hengengleiter ja damit da kommen wir zu diesem Schatten der ist auch geil aber ich mag ihn nicht ja ich der sieht hässlich aus aber warum sage ich mal geil keine Ahnung der ist hässlich mag ich nicht das hässlich komm jetzt mal zu dieser Spitzhacke die ist geil aber ja ich hole mir hole mir sie nicht weil ja ich hole mir lieber Skins als andere Sachen kommen wir hier zu diesem Dominantoren die es geht geht aber ich finde sie jetzt nicht so sehr geil Wachsenexperte der ist richtig geil den werden wir uns jetzt auch erst mal gönnen die finde ich so geil alter der ist wir werden der ist absolut kacke und den langsam klatschen finde ich auch geil den habe ich schon seit Monaten alter der hatte ich glaube schon seit sie zwei Uhr so das war es dann auch mit diesem Video